ja das problem wird nachher sein hier wieder rauszufinden das wird das hauptproblem sein hier nachher wieder rauszufinden ich werde hier nie wieder rausfinden das ist sowas von klar ich finde ja jetzt schon wieder nie raus ich finde ja jetzt schon wieder die richtung hier war nix mehr genau ich finde ja jetzt schon nicht mehr raus ich finde ja jetzt schon nicht alter wie kommen wir denn hier wieder raus und b ziehen wir weiter problem ist ich weiß nicht was gamesound ist mit der weile und was musik ist ich glaube hier war mama aber warum auch immer habe ich das eisenpopeisen vergessen das geht ja mal gar nicht es ist gold es ist gold erz weg weg das ist eisenerz ja das ist eisenerz aber nicht so schlimm gehen wir auch mit können wir nix oh 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 wirst du mich verarschen ich habe keine fackeln mehr super 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 du 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 ähm pass auf Dat kandah hin Ich höre, ich höre mal Ich höre noch Monster Von irgendwo her höre ich aber Monster So, von hier jetzt nicht Wahrscheinlich von da oben irgendwo Ja komm, ist noch nicht unbedingt hin Bin eher damit beschäftigt hier das Zeug rauszuholen Ja So Hier frät mal eine genau diese So Wir treiben bisschen ab aber das ist nicht schlimm So eine Abtreibung ist nicht schlimm Klingt irgendwie falsch Salz nehmen wir auf jeden Fall mit Salz nehmen wir auf jeden Fall mit Salz nehmen wir auf jeden Fall mit Glänzt Ich täusche mich bestimmt Ich täusche mich Hopp 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 Und mehr gibt es ja gar nicht Das ist ja schade Ich finde hier nie wieder raus Ich bin so verloren Und Jetzt schon Jetzt schon An meinem Glück Hopp 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 Hier war ich auf jeden Fall Hier war ich auf jeden Fall immer Das kenne ich so ein bisschen Nur nicht übermütig werden Hier 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 Was ist es wieder Ah ja 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 Könnten wir die Kohle direkt mal mit raushauen Oh Hier komm Zack Fällt ja gar nicht auf Finde ich auf jeden Fall Oh Oh Okay Okay da unten waren wir auf jeden Fall schon mal Da 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 So Hopp Klingt vielversprechend Na toll Au au O Oh Und Wir haben uns das Viech mal eben so runter gehauen, wa? Okay, da unten waren wir, aber ich weiß jetzt aber gar nicht, wo die anderen herkamen. Das macht mir ein bisschen Sorge. Die Höhle nimmt einfach kein Ende. Echt bitter. Ich kann auch Kalkstein nehmen, das ist kein Thema. Die Höhle nimmt einfach kein Ende. Die Höhle nimmt einfach kein Ende. Gold! Hab ich mich jetzt erschreckt, alter! Ich hab echt jetzt ein bisschen verrissen, ey. Hier würde ich auf jeden Fall nicht runterfallen. Nein! Höhle! So! Sticky Stickmanns! Ich hab fast keine Fackel mehr! Flop! 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 du blöde spinne. Na du? Ich glaub, die kommen hier nicht hoch. Da da da. La da da da. Oh. Hm. Oh. Die kommt aber hier hin. Aber nicht weit. Moment, ich muss mal husten. Entschuldigung. Musste husten. Ähm. Ja, wie kommen wir denn da hoch? Hm. Bisschen doof dann, oder? Bisschen doof. Hallo. Alter. Hau ab, du blödes Vieh. Ah, spinne. Ich hasse spinnen. Ja, natürlich. Die kommt sofort an. Hau. Aua. Ich sollte gleich auf jeden Fall mal was essen. Irgendwas ist da. Ein Schleimi. 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 Du warst nie für mich da. Ich will jetzt hier langsam aber sicher raus. Es wär ein Träumchen. Es wär ein Traum. Wenn ich hier rauskommen würde. Hallo. Und irgendjemand schleicht wieder meine Küche. Stillheimlich und leise. Aber wir haben gestern noch so viel Kleingram und Möbelstücke und so rübergefahren ins neue Haus. Ich bin so am Ende irgendwie. Und ich bedenke, so. Ne. Das wart jetzt äh. Das Wochenende ist mehr oder weniger gelaufen. Am Montag wieder arbeiten. Und da auch weiter schleppen und äh. Machen und tun. Äh. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Aber gut. Muss man mal durch. So. Muss man jetzt leider einfach mal durch. Opa. Nachher nochmal ein paar Sachen rüberbringen. Äh. Einen Küchenunterschrank schon mal rüber bringen. Weil ähm. Ich hab das äh. Aus äh. Ich glaub zwei Küchen damals mal gebastelt gehabt. Weil wir so. Ne. Frauen die brauchen da. Die brauchen ja immer so viel Schrank. Wir haben so viele Tassen. Da hab ich von der alten Küche die Hängeschränke behalten und so. Öh. Kommt ihnen jetzt alle auf einmal her. Von oben. Ähm. Ist mir doch egal. Nein. War mir doch nicht so egal. Aber egal. Egal was mir doch nicht egal ist. Wui. Na wo ist er denn? Na. Ja. Kommt noch hoch. Kommt da jetzt auch ne. Äh. So. Sieh an. Dann ist einem das doch nicht mehr so egal. So. Achso. Hier unten war man ja schon. Hier brauchen wir gar nicht mehr hin. Da haben wir uns den ganzen Kappes schon geholt. So. Da hinten geht's auch nochmal weiter. Hier sollten wir vielleicht mal. Uh. So langsam gehen uns aber auch die Burger aus. Sollte sparsamer sein. So langsam aber sicher vielleicht auch mal den Ausgang gleich suchen. Öh. Hi. Nein 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 nein. Nicht auf der Brücke. Das fangen wir erst gar nicht an. Gibt's nachher noch die Idee hier auf die Brücke zu explodieren oder so. Das äh. Fände ich nicht so fröhlich. Würde ich nicht so feiern. So, die Kohle nehmen wir noch mit. Das Schlimme an Creepern ist ja, du hörst die erst, wenn sie runterfallen oder so. Oder wenn sie explodiert. So, hier Kalkstein. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Gold gewünscht, ehrlich gesagt. Na. Bin ich eigentlich damals nicht hier weitergegangen? Hi. Freunde. Wie sieht's aus? Das war gemein jetzt, ne? Mach doch. Hui. Von hinten. Ich weiß es, können's genau. Ähm, wo hab ich denn meine restlichen Facken? Hab ich schon wieder keine Facken. Das kann doch nicht. Kann doch nicht wahr sein, ich hab keine Facken mehr. Ich hab keine Facken mehr. Das ist, äh, finde ich total unprofessionell. Jetzt hab ich auch keine Facken mehr. Jetzt hab ich auch keine Kohle mehr. Es, äh, es gibt's doch nicht. Keine Facken, keine Kohle. Also, irgendwas mal hier falsch. So. Zehn Kohle mal eben nach unten holen. Äh. Hallo. Ach, klar. Hm, 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 hm. Ich hab ja Kohle so eingestellt, dass, äh, so, zack. Ah, die eine Kohle. Ähm. Ne? Aua. Huch. Ruckelte. Ah, hier hoch. Hier hoch musste ich. So. Kohle holen wir uns noch aus der Wand. Oh, das ist aber dunkel hier. So. Huh. Ha. Huh. So. Hui. Ich hab irgendwo überhaupt noch was gesehen gerade. Ach, guck mal. So, fast wieder an der Oberfläche Ist ja lustig Glaube ich Ja, das war sehr geistreich Es wird hell Es wird Tag Wunder ich mich eigentlich bei Kohle Kohle findet man ja hier echt mega viel Da muss man sich eigentlich nicht mehr wundern Hier lang mussten wir Genau Irgendwo kann man hier lang Ach Ah da ist die Tür Zack Und dann sind wir wieder raus aus der Höhle Gott sei Dank Alter Wie hieße Einfach nur So Hört sich mal an als ob da ein Hut ist Ich trinke mal ein Schluckchen Kaffee Der wird nämlich gleich wieder kalt Ah Herrlich Eine Lora haben wir leider noch nicht Oder beziehungsweise haben wir schon Also ich hab mir sagen lassen Angeblich Wenn man Redstone Fackeln Neben diesen Schienen oder Gleisen machen würde Würden die nochmal ein bisschen mehr Turbo geben Das weiß ich jetzt auch nicht so genau Ob das so stimmt Was mach ich denn da jetzt dran Achso Quatsch Ja klar So Boah übel 21 Diamanten Das ist cool So Zwei Schleimbälle Bälle Hallo Heimat Alter Würde ich jetzt keinen Creeper sehen Ist alles grün Heimat 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 So Erstmal hier Marmorna Riolit Schwarzer Granit Kies Ähm Ja Kohle Lass ich mal im Inventar So Auf hier Zack Zack Glowstone Staub Wo hab ich denn den hier Achso Wir sind schon wieder voll Zack Zack Nein Das war Beton Den wollte ich behalten Eigentlich Beton kann auch runter Wo ist mein ganzer Beton Geben eigentlich Das ist eine gute Frage Ich glaube ich habe Unten gelassen Fragezeichen Punkt Punkt Komma Strichwert Die ist am Mundgesicht Aha Schwarz Granit Dann lassen wir hier Schalenstein Schwarzer Granit Der kann auch da runter So Flupp 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 Ja Ja Äh Ich glaube Guck mal Ich glaube ich kann auch ein Meter So Ja Flup 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 Flopp, plopp, 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 plopp. Und ich glaube, wir hatten auch ein Spinnenauge. Äh, oh. Dass ein Spinnenauge jetzt hin? Ah, da. Und noch mehr von dem Zeuss hier. Das gibt's ja fast gar nicht, ey. Was machen wir damit auch? Also aktuell hab ich ja keine Verwendung für. Vielleicht kommt das ja noch die Verwendung dafür. Zack. Nee, juckt die Nase. Entschuldigung. Ähm, Kies. Ha? Druckplatte. Kies können wir ja... Kies können wir ja mal mitnehmen nach unten. Das können wir ja dann... Direkt professionell brennen. Ähm. Was machst du hier unten? Wo kommst du her? Alter, ist doch hell genug. Wo kommt der her? Ist das von der Graberei oder was? Ist das hell genug? Wo kommt der her? Hä? Hm. Ich muss zum Glück auch nicht alles verstehen. So, der hat noch Kohle. Hat der irgendwelche Verstopfungen? Nein, hat er nicht. Ich würde sagen, wir hauen da mal... Mäh. Ja, doch. Wir hauen da erstmal den Kies hier rein. Zack. Kies glüht. Wir geben da mal ein Eisen rein. Da braucht noch Kohle... Da hängt sogar Kohle noch drin. Ja, wir können aber noch vielleicht gleich Kohle geben. Ich weiß nicht. Doch. Da kann man ein bisschen Kohle reinstecken. Ähm. Ja. Eisen. 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 Ähm. Gold. Gold. Ein Gold. Ein Gold reicht. Ach so. Hm. Zack. Was? Ein Gold. Ein Eisen. Dann brutzelt der nämlich gegebenenfalls, wenn wir Glück haben, auch gleich das Eisen und so weiter. So, hier kann man nochmal so ein bisschen zack, zack, ein bisschen Kohle reinhämmern, das ist nicht so schlimm. Dann hält er den hier auch immer schön auf 64 Kohle, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vielen Dank.